Musik Ortsbrandmeister Markus Hirsch wurde für weitere sechs Jahre als Leiter der Ortsfeuerwehr Bad Harzburg mit einem guten Wahlergebnis von den Mitgliedern der Einsatzabteilung zu einer weiteren Amtsperiode wiedergewählt. Lediglich ein Kandidat bei der Wahl solch eines Amtes zeigt die Stabilität innerhalb der Mannschaft und die Zufriedenheit mit der geleisteten Führungsarbeit. So Stadtbrandmeister Axel Breustedt, der selbst als aktives Mitglied der Ortsfeuerwehr Bad Harzburg neben Kreisbrandmeister Uwe Fricke am Wahlabend seine Stimme abgab. Die Wahl ist eine Vorschlagswahl und Markus Hirsch wird auf einer der nächsten Ratssitzungen offiziell vom Rat der Stadt Bad Harzburg für sechs weitere Jahre zum Ortsbrandmeister und Ehrenbeamten ernannt. Am Samstag, dem 19.06. wurden kurz nach 16 Uhr die Ortsfeuerwehren Bündheim-Schlewecke und Bad Harzburg zu einem Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses in den Hopfengarten im Stadtteil Bündheim alarmiert. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Sofort wurde eine Brandbekämpfung eingeleitet, zeitgleich wurden alle Wohnungen nach Bewohnern abgesucht. Parallel dazu wurde die Drehleiter aus Bad Harzburg in Stellung gebracht, um hierüber gegebenenfalls Personen aus den oberen Stockwerken retten zu können. Durch die Feuerwehr wurden zwei Personen gerettet, sieben weitere Personen hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Nachdem eine Behandlung der betroffenen Bewohner durch den alarmierten Notarzt nicht notwendig war, wurde bis auf einen Rettungswagen zur Absicherung der Feuerwehr der Rettungsdienst aus dem Einsatz entlassen. Nach ca. 45 Minuten konnte vollständig Feuer ausgemeldet werden. Um ein mögliches Wiederauflammen der Brandstellen zu verhindern, wurde der Kellerbereich noch mit einem Netzmittel benetzt, danach schlossen sich umfangreiche Beluftungsarbeiten an und der Keller wurde durch die Stadtwerke stromlos geschaltet. Nach rund zwei Stunden wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Auf der Stadtkommandositzung am Montag, dem 21.06. wurde Markus Sass von allen fünf Ortsbrandmeistern und ihren Stellvertretern zum neuen stellvertretenden Stadtbrandmeister der Feuerwehrstadt Bad Harzburg gewählt. Er tritt damit die Nachfolge des vor kurzem verstorbenen Andreas Liebau an und wird zukünftig gemeinsam mit Stadtbrandmeister Axel Bräustedt die Feuerwehr der Kurstadt leiten und führen. Auf einer der kommenden Sitzungen des Stadtrats wird Markus Sass dann offiziell vom Bürgermeister der Stadt Bad Harzburg zum neuen stellvertretenden Stadtbrandmeister für die kommenden sechs Jahre ernannt. Er wird fortan in Doppelfunktion fungieren, denn neben dem neuen Amt wird er auch das des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Bündheim-Schlewecke weiterhin ausüben. Der Landkreis Goslar hat in Kooperation mit der Evangelischen Familienbildungsstätte des Landkreises Wolfenbüttel sieben neue Kindertagespflegepersonen qualifiziert. Der Kurs startete am 1. März 2021 zunächst online und konnte im Mai als Präsenzunterricht unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln fortgesetzt werden. Die Qualifizierung umfasste 160 Unterrichtsstunden sowie 40 Stunden Hospitation bei einer erfahrenen Kindertagespflegeperson und endete mit dem Abschlusskolloquium am 15. Juni. Die Ausbildung vermittelt ein breites Spektrum an Grundlagenwissen. Der nächste Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen startet voraussichtlich im Frühjahr 2022. Hierfür sucht der Landkreis Goslar geeignete Personen, die gerne als Kindertagespflegeperson tätig werden möchten. Voraussetzungen sind Freude an und erste Erfahrung in der Kinderbetreuung, mindestens ein Hauptschulabschluss und gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Weitere Informationen und individuelle Beratung gibt es bei Heidron Herder, telefonisch unter der Telefonnummer 05321 76 456 oder per E-Mail unter h.herder at landkreis-goslar.de. Der Fachdienststraßenverkehr der Stadt Goslar hat eine neue Kampagne unter dem Leitspruch Goslar gibt 8 gestartet, denn Radfahrer werden beim Abbiegen häufig übersehen, aber auch zu dichtes Überholen oder Fahren ohne Helm kann gefährlich werden. Mit Schildern an mehreren Punkten im Innenstadtgebiet wird auf den Radverkehr aufmerksam gemacht. Ziel ist zum einen, zum Radfahren zu motivieren, zum anderen Radfahrer und alle anderen Verkehrsteilnehmer auf Gefahrenpunkte hinzuweisen und für einen rücksichtsvollen Umgang miteinander zu werben. So lenkt das Motiv mit dem Titel Gebt 8 an der Kreuzung Okerstraße-Reiseckenweg aus Richtung Altstadt die Aufmerksamkeit aller rechts abbiegenden Fahrzeugführer auf Radfahrer, die geradeaus fahren und dazu die Straße überqueren. Gegenüber in Richtung Breites Tor erinnert ein Piktogramm mit dem Text Goslar nimmt Rücksicht an das faktische Überholverbot in den engen Altstadtstraßen, das sich dadurch ergibt, dass der geforderte Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Goslar trägt Helm, wirbt hingegen bei allen Radfahrern für den Eigenschutz. Wer durch die Innenstadt fährt, wird in den kommenden Tagen weitere Schilder wie Goslar fährt fair oder Goslar strahlt entdecken. In der alten Heerstraße in Goslar können Radfahrer jetzt Radschutzstreifen auf der Fahrbahn nutzen. Dort werden nun ab der Bornhardstraße bis zum Kurvenbereich in beiden Fahrtrichtungen 1,50 Meter breite Fahrradschutzstreifen markiert. Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung bereits in der Wachtelpforte die Benutzungspflicht für die Radwege aufgehoben und Piktogramme auf die Fahrbahn aufbringen lassen. Radfahrer dürfen, müssen aber nicht auf der Straße fahren. Sie dürfen natürlich auch weiterhin den Radweg nutzen. Die Verkehrsforschung besagt, dass Radfahren auf abgesetzten Radwegen ganz besonders entgegen der Fahrtrichtung gefährlich und eine der Hauptunfallursachen zwischen Rad- und Kraftfahrzeugverkehr ist. Besonders bei Ein- und Ausfahrten bzw. beim Abbiegen werden Radler schnell übersehen und umgefahren. Fahren sie hingegen auf der Straße, sind sie besser sichtbar. Vielen Dank. Vielen Dank.